Nun die TV mit dem Spitzenspiel in dieser Begegnung in der Tischtennis Regionalliga zwischen Dötka, Spielvereinigung und Feldriss, ein kleiner Ort irgendwo zwischen Erlangen und Feuchheim, gegen Holzhausen. Die beiden Spitzenspieler treffen aufeinander. Beide haben einen hervorragenden Eindruck hinterlassen in ihren Erstpartien und die jemals gegen die Nummer 2 des gegnerischen Vereins gewonnen. Nun, jetzt kann man davon ausgehen, dass man jede Menge gutes Tischtennis sieht. Hendrik Fuß für die Gäste von Holzhausen und der Weg seit vielen Jahren schon in Deutschland Top 48 plus minus. Vielen Dank. 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 Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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